Wie nennt man einen Polizisten ohne Haare? Platzkopf. Wie heißt Fernsehverbot auf Russisch? Netflix. Wie heißt der legendarische Bruder von Bruce Lee? Was habe ich dir gesagt vorher? Mach doch auf Boden, Alter. Oh, alles ist gut nicht mehr. Du hast noch richtig rausgeholt. Ey, Junge, Mann. Wie heißt der vegetarische Bruder von Bruce Lee? Brokkoli. In Mittelamerika gibt es schlechte Tapezierer, aber dafür gute Maler. Ich habe beim Wecker angerufen. Da ging ja wohl die Mehlbox dran. Warum trinken Veganer kein Leitungswasser? Weil es aus dem Hahn kommt. Wie nennt man einen unentschlossenen japanischen Krieger? Nun ja. Junge, ganz schön, Alter. Ja, Junge. Guck mal. Guck mal. Das war so ernst. Das macht mich noch witziger, Junge. Soll ich noch eine Bruder. Boah, Alter Junge. Wie heißt der filerische Verkehrsmesser? Umleitung. Egal wie gut du kegelst, Usain Bolt. Egal wie oft du dich verfährst, Jefferson hat sich öfter verfahren. Mh. Junge, Junge. Aber die letzten zwei waren gut. Ey, Bruder, du bist ja wohl so spät gecheckt, ne? Wie nennt man es, wenn sich Reptilien eiligen? Krokodil. Was sagt ein Gen, wenn es ein anderes trifft? Halogen. Was liegt am Strand und redet undeutlich? Eine Nuschel. Was kommt ein Mann mit zwei linken Füßen im Schuhgeschäft? Flip-Flips. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Was kommt ein Blinder am liebsten? Ich sehe nicht, was du nicht siehst. Was kommt ein Blinder am liebsten? Du hast ja mit allem gerechnet, ne? Aber nicht damit. Nicht damit. Guck mal, ich war so toll. Ich habe wenigstens auf den Boden gemacht. Aber das ist nicht richtig geil, oder? Ich habe zu den Boden gemacht. Wir haben auch noch eine neue Video. Wir haben auch noch eine neue Video. Wenn ihr euch weiß, Das war's für heute.